darüber gebracht, sondern es wird über Krieg diskutiert, um bestimmte Ziele, um in diesem Krieg fortzuführen. Und wir haben Initiative ergriffen und wollen diesen Sonntag am 10. März eine Demonstration um 14 Uhr machen. Bitteschön. Wieso sollen wir jetzt Gesicht zeigen? Wieso sollen wir bei dieser Demonstration dabei sein? Ja, es ist wichtig. Es geht halt um Frieden und wir wollen Frieden statt Kriegstreiberei. Der ganz aktuelle Anlass ist es, dass Generäle der deutschen Bundeswehr eine konkrete Angriffsplanung auf die Krimbrücke durchgeführt haben. Ein Gespräch ist veröffentlicht worden und es ist auch zugegeben worden, dass es zum Beispiel der Chef der deutschen Luftfache gewesen ist.